Und da bist du dabei. Also kann ich euch heute auch mal zeigen, was ich damit so mache. Samt ist es in Australia gebaut, tatsächlich. Aus einem Ast. Kleine Geschichte zum Didgeridoo. Die sind von Natur aus spielbar. Also alle denken immer, da macht man ein Loch rein oder so. In Wirklichkeit machen Termiten das. Also Termiten fressen ein Loch in den Ast. Und man kann den so absegen vom Baum und kann das Ding spielen. Auch so wie es schon ist. Ich habe das jetzt einfach nur abgesandpapert, also mit Sandpapier und einfach lackiert. Und oben ein bisschen Bienenwachs reingemacht. Und dann sieht das so aus. Ich zeige euch mal, wie das klingt. Jetzt sieht man mich halt nicht mehr. Das ist ein bisschen witzig. Macht's gut. Bis später. So klingt das im Glück her. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich damit noch machen kann. So klingt das im Glück. 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 So tell me, family now, what do you think? What should all go down in my big sink? Watch out the scum, the brothers to the top Don't you wanna wait when it's all gonna stop? Sometimes I wonder how I'm able to sleep Stealing from the mouth that I'm meant to feed I'm slaving the valuables upon my back Cause I feel the sting, but I hear no crack, no crack when I'm singing Running through the fire, running through the flame Running through the hatred, pushing through the blame Running through the hopelessness and shame Revolution's already under me Boom, boom low, kicking through the light Whoa, something there the way Cool, boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Musik 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 Musik